Sie sind mein Ass im Ärmel, Fischer. Es darf keiner wissen, dass Sie hier sind. Hier haben die Rebellen das Sagen. Deswegen bleiben Sie im Hintergrund und die Waffen im Lastwagen. Rühren Sie sich nicht von der Stelle, bis ich wieder da bin. Im Hotel sind wir sicher. Bleiben Sie auf dem Parkplatz, sonst erschießt man Sie. Ich komm besser mit. Nein. Emil, die Konferenz beginnt gleich. Das hier ist nicht Shanghai, Fischer. Ich will kein weiteres Blutbad. Von hier unten kann ich Sie nicht beschützen. Alejandro und Massoud haben genug Männer auf den oberen Etagen. Bleiben Sie hier, bis ich mich melde. So, neue Missionen hier bei Splinter Cell Double Agent. Wir sind hier in Kinshasa. Und? Äh... Fischer, hier Hisham. Alejandro und Massoud sind zusammen mit eurem Mann hier. Und wir haben keine Ahnung, warum die sich treffen. Ich darf auf gar keinen Fall meine Tarnung riskieren. Du musst herausfinden, was die vorhaben. Wie geht's weiter? Ich weiß, dass sie ein sicheres Hotelzimmer extra für das Treffen klar gemacht haben. Man kommt dann nur über das Dach rein. Keine Ahnung, welche Sicherheitsmaßnahmen im Detail getroffen wurden. Aha. So, Raum... Wir gucken erstmal hier Einsatzziele, aber das müssen wir überhaupt machen. Raum der Geheimbesprechung verwandeln. Okay. Und keinen Alarm auslösen. Äh. Okay. Achso. Auf unsere schicke 3D-Karte müssen wir nochmal gucken. Hä? Äh... Ja. Okay. Juh, schauen wir mal, wa? Hehe. Machen wir erstmal einen Quick-Safe. Gibt's hier Leute? Da jetzt rinnen. Äh... Äh... Aha, aha. Komm mal da hoch? Hm. Vielleicht von außen? Nee. Komm mal hier hoch. Nee. Guck mal, oh, wie du dich... Okay, also dann ist das hier wohl Quatsch. Muss mal hier lang? Nee. Oder? Nee. Gut. Joggen wir wieder zurück. Uh, da steht jemand. Da läuft jemand. Da läuft noch jemand. Da kommt jemand. Scheiße. Ich glaube, das war keine Idee. Schießen ja schon los, die mit sich... Äh... Um... Um... Um sich rum. Loll, der hat mich nie gesehen. Ich will hier einfach mal ein bisschen rumbattern. Vielleicht so? Hm. Keine Ahnung. Ich mach das einfach mal so. Okay, die ist zu, die Tür. Ist der Typ noch da? Nee. Waaah. So, fahren wir einfach mal mit dem Fahrstuhl hoch. Ich hab keine Ahnung. So, hier liegt doch schon jemand rum. Ja. Ichonn... Wolle Temps. Ja. sind eh alle böse Buben von daher können wir die hoch schießt er denn da Aua 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 ich glaube wir haben die ganze Horde jetzt aufgesteckt der komische Vorgang gibt mir auch ein Schriftdünnüsse oh fuck 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 ja hätt man vielleicht anders lösen müssen ne 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 wann jetzt na guckst du nach dem Licht was kannst du mir über den Konferenzraum auf dem Dach sagen ich weiß nicht das war die mieseste Lüge die ich je gehört habe sie kommen da nicht rein niemand kommt da rein beim allmächtigen ja beim allmächtigen ist auch mal gut so schleichen wir uns hier mal ran und machen wir ein quick save wir schießen die da ja klasse das war unsere Ausrüstung in Bezug auf night vision und wärme Dings nicht haben da bin ich natürlich tierisch begeistert können wir mal nebenbei mal kurz auf die Karte gucken aha ich würde sagen ich sprint jetzt hier einfach mal rin äh hinter uns dann gucken wir mal den erwischen da ist Morina da ist Morina will er ihn jetzt hin so waren sie das jetzt ich denke mal das waren sie wa ja hier siehts ja lustig aus so wie kommen wir jetzt da hoch kommen wir da überhaupt hoch so so und da kommen wir jetzt oh hm hm guck mal hier steht halt einfach einer rum äh kommt uns entgegen wie Roma und so wo 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 So, jetzt müssen wir auch noch mal auf die Karte gucken. Einfach mal um zu gucken. Aha, da sind auf jeden Fall noch Feinde. Okay. Ja, sie ist hier. So. 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 haben wir. so. 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 auch. frage ist natürlich ob hier irgendwelche leute rumrennen aber ich vermute mal ja kann ich hier nicht mal den strom abschneiden drücken hier ja das ist eine rote note roter schrank war der rote schrank wird schon etwas zu sagen haben kann man hier irgendwie hochklettern hier vielleicht wahrscheinlich nicht aber wo dann nee warte mal ich geh mal hier an dem ohr hoch geht nicht warum geht denn das nicht tatsache oder muss ich hier einfach mal so nee auch nicht hier seitwärts irgendwie nehmen muss da irgendwie rüber immer noch mal die karte aber ich denke mal das ist der raum sehr merkwürdig ist